hey und willkommen zu einer weiteren runde minecraft varro heute im 22 part mit dem guten alten paluten hallo guten tag meine damen und herren ich bin ready to slug willst du direkt was ist denn der plan jetzt wir fahren jetzt unsere äpfel gehen dann in die mitte und sterben okay das klingt auf jeden fall nach einem plan heute müsste ja auch der 24 zwölfte sein ja das ist natürlich ein bisschen problematik wir wollen wir wollen euch natürlich auch nicht weihnachten versammeln das ist so lustig hier das napfel schnapp ihn dir hier ein geschenk für euch leute unser tod ja ja genau so wird es wahrscheinlich aussehen aber es gut dass es nacht ist weil wir den endermännern ja genau die weil wenn die kriegen wir doch eh nicht außerdem echt die axt kann ich ihn nicht irgendwie one schatten mit meinem bogen da war ich da immer aus das geht nicht hallo mister wo laufen sie hinten die wollte ich vorhin tönen dann ist er verschwunden ja ja ich sehe ihn da backen da ist ein killer rabbit alter kannst du mal aufhören diese tonlage zu benutzen wieso da ist ein ach so sorry ja aber der hatte rote augen wie viele goldäpfel hast du ähm zehn und ich habe einen apfel oh dann gib mir den mal hier bitte ja danke alter kannst du jetzt mal irgendwas farmen oder so ich dachte wir haben jetzt genügend nein ich habe jetzt zwei noch ein einen einsehen wird doch irgendwo noch einer liegen da kannst du nicht erzählen keine lust da unten das spiel will einfach nicht da ist ein apfel warum ist denn da ein apfel ja perfekt dann haben wir alle hä woher kommt der denn hat den da um einer gedroppt vielleicht war einer vielleicht hat uns jemand geschenke gemacht der weihnachtsmann sie ist ihn weihnachtsmänjel ich hab dir einen langen brief geschrieben dass die jahle gene schlieben und uns fehlt noch ein apfel hä ich dachte wir haben jetzt genügend ja hat mich verrechnet sorry ich bin nicht so der mathe pro mann jetzt muss ich hier wieder hier vorne ich bin der mathe pro ich hab gesagt ich bin nicht so der mathe pro es fehlt ein apfel und ich habe 15 okay ich hab hier irgendwo ah ich hab ein gott hast du dich wieder verrechnet nee okay leicht ich gucke du hast 13 ich habe 12 oh scheiße wie sieht es mit dem essen bei dir aus ich habe noch 52 schweinefleisch ja dann dann gibt mir noch mal ein bisschen schweinefleisch weil ich habe nur 11 ich habe aber 26 karotten ist echt einfach dann im das dann auch und dann reicht das schätze ich hier hatte du hast hast du jetzt 14 jetzt habe ich 14 ich auch okay ja das wieder ein spaß geht's in die mitte alter ich möchte gar nicht kämpfen warum ich verstehe das spiel auch ehrlich gesagt nicht warum kann man nicht einfach Spaß haben und leben ja mal so einfach alle mal so ein freundetempel und dann kommen wir auf einfach keine freunde alter und dann werden alle direkt weggerackt dann baue ich da einen schalter ein das lava runterkommt machst du so richtige hunger games hier ist fleisch komm her bist du bei mir da ist doch ein hast du was soll ich denn da hast du schon gebraten ja klar ach stimmt wir haben ja Verbrennung auf dem karte pass auf was denn weißt du wo ich jetzt echt lachen müsste wenn wir jetzt irgendwo runter fallen geht ja nicht wir überleben irgendwie 40 blöcke oder so mit federfall 4 aber wenn wir irgendwie noch eine alte falle finden dann herunter stürzen dann am besten irgendwas explodiert und wir einfach das wäre geil wenn hätten wir eine falle gebaut und daran sterben einfach so ja genau in folge 10 wir sollten auch so langsam gucken und dann in folge 20 sterben wir daran irgendwann sneaken also ich weiß ja nicht wie weit wir noch laufen vielleicht können wir leute überraschen stimmt gut gute idee ich will eigentlich rein rennen und sterben oh wo ist das denn hier warte ich muss meine indies mal reinstopfen die sind am letzten kampf einfach rausgesteck sie dir richtig ich muss gerade mal überlegen ob ich irgendwas ja ich habe ein wassereimer aber kein lavaeimer den benutze ich sowieso nicht oh hä wie habe ich das denn geschafft was denn ich habe noch einen goldapfel äh einen apfel meine ich ohne okay okay alles klar sorry leute aber wenn wir gold finden dann kann ich noch einen craften das ist auch schön wir haben jetzt haben wir einen zu viel ja ja ich weiß nicht wie das passiert ist da kommen wir schon die nächsten lavaeimer habe ich brauche ich sonst noch etwas und eine axt brauche ich erstmal nicht und ja aber sonst brauche ich nichts okay ein feuerzeug stimmt ja ich habe ich habe ne ich habe flint habe ich rausgehauen hallo mister hase guten tag ja wir sind jetzt was war da jetzt habe ich habe ich jetzt gerade shift und f3 gedrückt nice okay da wollte ich eigentlich nicht ganz kurz hier sind wir gleich schon beim spawn ich schnick kurz ja 300 300 blöcke nur noch ja 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 dann lass mal so ein bisschen aufpasst sneak jo alter eine kuh töd sie du hast dann das fleisch mach bitte das auch verbrennung drauf ich guck zu ich guck zu alle das war eine gemeine kuh die hat die wurde zum tode verurteilt durch obama ist hier truppe soll jetzt auf official alder ne bald januar ich hatte irgendwas geht an der bestell kann sein kabinett zusammen ja ich bin dabei du bist dabei ich frage mich ja gerade also passiert da gerade irgendwas oder ich weiß es nicht wir sollten mal langsam aufhören wieso gott oh gott war da ist schon die mitte achso ich dachte wir sind schon nein aber auch gott wie wie nah sind wir denn statt ich muss auf toilette ja ich stimme ich sehe da hinten die freie fläche ja scheiße einmal so lass uns doch mal zusammenbleiben wie wärst du denn ich dachte du bist bei mir nein du bist halt weiter geht weiter wo bist du ja vor dir oben auf dem baum auf dem baum genau stimmt da sieht man das wasser ja ja da habe ich mich richtig vor ach da hinten komm komm bitte ich hab grad achso oh gott das nun ach ja in der in der vorletzten folge beim ersten mal apfelsuchen haben wir echt was gesehen das waren nun oder ein schwein so ich sehe dich lass uns lieber auf die bäume kommt zurück auf die bäume was ja da sind wir wesentlich schneller wenn irgendwelche willis unten sind okay ja aber wie willst du da jetzt weiterkommen wir müssen jetzt aufhören zu sneaken dadurch oh mein gott also nicht gleich nicht mehr reden kann dann wisst ihr warum da links ist eine offene fläche ja ja schön ne so ich geht sie runter als scheiße ja ich bin unten komm mit komm mit aber nicht ein sneak mehr habe ich schon zu spät ich wette oh gott und sieht auch keiner oder ist ein loch scheiße das ist ein killer der killer rabbit kommt auf mich zu was soll ich machen höh der hat eine rote augen ach der ist ein albino weil ich hätte echt noch vorher irgendwie tastenkürze lernen sollen habe ich leider wieder verlernt was machen wir wenn wir jetzt feindkontakt haben direkt weg oder direkt drauf nein hä erstmal gucken warum denn direkt weg rennen oder direkt drauf ich meine wenn die uns überlegen sind ja keine ahnung einfach rein rennen warum sehe ich hier keinen warum sehe ich hier kein wo sind die bitte also ich hab nicht erwartet dass sie jetzt ob wir es in der mitte rumstehen aber habe ich eigentlich schon erwartet ja ich weiß nicht welchen pvp babo würde ich würde ich hier die 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 bis zum pvp babo die balls präsenten bisschen geht nicht mehr naja es gibt ja schon gewisse abstufung vom skill her und das ist ja auch leider das was teilweise so ein bisschen also weiß ich nicht das hat man bei waro 1 fand ich das so cool da waren alle jungfräulich ja genau und waren auch alle so ja okay abgesehen von tim und stegi ungefähr auf dem gleichen skill level aber die haben sich ja relativ schnell verabschiedet durch und da ist ein loch oder ist ein creeper oder sind hier waren was ich habe gerade ein level bekommen guck dich bitte immer schön um ja ja natürlich mache ich das aber ich bin der letzte der der immer wo sind die denn also ich will so ob wir es um rennen ich hätte schon gerne überraschungsmoment ja natürlich oh gott ich frage mich gerade ob ich die sichtweite überhaupt hoch genug habe ich hab die auf 16 oder so also ich sehe schon echt extrem weit ich sehe eigentlich auch relativ weit jetzt haben wir gar kein überblick mehr hier an der stelle ja dann komm mal wieder nein nein ich will ja weiter gehen ich will ja mal in eine andere richtung gucken okay oder willst du willst du dich da auf keinen stellen gucken bis sich irgendwas bewegt oder was aber du bist ziemlich weit weg da da sind sie sind sie da sind zwar hinter dir okay okay sie schießen sie schießen okay aber ich bin ich wirklich nicht in sind getroffen nice okay okay was machen was machen lassen lassen du erst mal dann reg erst mal lass uns lass uns werfen wer ist das wer ist das ich werde jetzt nicht meine meine einzige ender perle wenn ich voll bin ich wurde getroffen komm 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 lauf 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 oh schon vorbei okay warte ist mal ein bisschen weißt du jetzt hätte ich gerne noch so ein sandwich wie beim letzten mal ja das halt also oh ich hab ihn getroffen von mir aus bin ich auch gerne das sandwich aber das einfach noch mehr los ist komm 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 wie sollen die denn sein ja ich renne siehst du mich haben getroffen ich bin hier oben ja ich sehe dich hab dich okay also ihr brandbogen ist hat echt krass hier jetzt haben ein problem hier müssen wir über das wasser und nein lasst ja geht da weiter geht da weiter gehen nicht ins wasser man nur ich wurde in der luft getroffen das war nice so lass uns links 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 dann lass doch über hier ist ein baum ja ich bin ich bin hier ich ohne als wir haben uns getrennt ich bin links neben dir okay das ist scheiße ja das ist ein problem wo bist du genau die position ist super ungünstig okay ich bin hinter dir ach da okay alles okay ja was ist das denn für eine fläche wo sind die gerade lass uns einfach weiter jetzt mal die verfolgen uns ja ja sind immer noch hinter mir jo komm komm einfach weiter lauf einfach und dann willst du jetzt direkt lass uns doch erstmal eine gute position suchen sie sind sehr nah ja ja deshalb lauf okay sie sind echt schnell genau schießt sie noch mal ein bisschen ab wein machst du das und immer schön essen das habe ich bei so vielen gesehen dass die einfach nicht gegessen haben oh gott sind die nah alter ja das wird problematisch ja das wird echt problematisch ich bin ein bisschen zu oft stehen geblieben dann lass uns doch lass uns die werfen komm willst du ja warum nicht weil das mein letzter trumpf ja aber ich werde nicht meinen letzten trumpf weg nein nein ich bin gerade voll habe meine rüstung ich habe essen ich habe goldäpfel okay da verschwende ich nicht meinen letzten trumpf ja aber wie willst du kämpfen wie willst du kämpfen ja hier ist zum beispiel gerade eine offene fläche ja da könnte man was probieren wir laufen ein bisschen weiter rechts du hast mich gerade du hättest mich jetzt echt getroffen ich brenne warte ich lösche dich okay du musst halt okay hab dich okay einer von denen hat nur diesen oh alter wie nah sind die denn ja ich sag doch what the fuck jetzt wir haben problem lass uns links längs links längs ich brenne schon wieder gleich haben sie mich ja dann komm 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 weiter 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 ich komm und sie haben mich schon wieder das war sehr gut du musst dich löschen du musst echt mal dein wasser benutzen ja ja warte warte wenn mein weiter hier zwischen hier zwischen ist gut okay ich habe es nicht geschafft mein apfel zu essen aber an sich wir haben jetzt hier ein kleines problem okay hast du so wie nahe ich habe ihn einmal getroffen ja relativ ne durch esse was da haben wir eigentlich eine gute position also sie haben zwar low ground aber ja komm 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 weiter komm ich habe ihn zweimal getroffen da ist ein dorf komm weiter wir rennen einfach weiter hey alter wie oft trifft der denn mit dem scheiß feuerbogen komm 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 zwei herzen schaden bekommen okay wir müssen aufpassen wegen der border ne die border wird beim nächsten mal richtig schön klein oh ich oh ich wurde nochmal getroffen genau nutze den muss einmal links 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 ja 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 okay schieß nochmal rein ich muss beim essen ja okay sie sind schon nah aber auch nicht so nah oh shit hier ist wasser vorsicht folge mir folge mir folge mir links ist richtig scheiße wir müssen werf die enderpelle bin ich jetzt hier nein 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 doch du fällst da ja natürlich oh god ich bleib hier menjel wieso du musst die werfen ich bleib hier weil das mein letzter triumph ist nein ja aber du musst sie doch werfen die haben keinen wasserläufer ja aber die du kommst ja doch trotzdem oh god oh god menjel wieso werf sie doch ich seh dich nicht alter what the fuck ich bin fast tot ich seh dich was ich hätte die enderpelle viel früher werfen sollen hab ich doch gesagt wie schnell ging das denn bitte lol was hatten die für ein schwert ich hab einfach keinen hit gemacht damit bist du aus waro 4 ausgeschieden alt hab ich den schaden unterschätzt deshalb hab ich das doch gesagt ja ich dachte ich halt irgendwie 5 bis 8 schläge aus oder so oh god scheiße scheiße und ich lauf gerade einfach nur ich bleib aber überall hängen ach das war doof das war echt dumm von mir ich hab's komplett unterschätzt ja und dann waren auf einmal Bücher äh Bücher Bäume bei mir und ich konnte die Enderpelle nicht nicht richtig werfen die kam auch einfach nicht an ich hab sie viel zu hoch geworfen ich bin auf ich bin auf ich bin einfach auf so einer mega offenen Fläche ja oh god ich weiß nicht ach man man ich hab dir doch gesagt wir sie oh god ich hab nichts mehr zu essen oh god ja also wie gesagt ich hätte schon gedacht ich würde das doppelte bis dreifache aushalten das habe ich komplett unterschätzt sonst hätte ich sonst hätte ich die wahrscheinlich schon viel früher geworfen Manuel wie sieht deine situation aus ich werde in drei sekunden gekickt oh god dann lebst du ich bin ich ich bin ich mann ach nein wieso hast du doch ein bisschen weg geworfen ich weiß es nicht ich war paralysiert ich war dann im wasser und dann hat der halt auch eine geworfen womit ich irgendwie gar nicht gerechnet hab wir werden die beide in die gleiche Richtung geworfen ja ich hätte sie direkt werfen so von oben vor allem er hat sie dann in mich rein hat gesehen dass du weg warst wahrscheinlich und dann reingeballert aber das schöne ist das war mein weihnachtsgeschenk an euch mann das ist kein schönes wei mann was soll ich denn machen Manuel was soll ich denn jetzt ohne witz keine ahnung wir sind doch Team Kürbistumor mann ja gut das wars von meiner seite aus von Varro 4 besser als in Folge 1 zu verhungern ach das war schade naja gut dann bewertet unsere Parts guckt bei der Palette weiter und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt oder Varro 5 tschüss tschüss